Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde bei Call of Duty Black Ops 2. Ja, ich habe mich vor dieser Mission etwas schon gefürchtet, aber ich denke, wir werden sie dann trotz allem gut hinbekommen. Und falls nicht, werde ich das erste Film mal hochladen, alle anderen werden dann offscreen passieren und dann werde ich die letzte funktionierende Mission oder Aufnahme dann nochmal als neue Folge hochladen. Das wird dann wahrscheinlich mit allen diesen Taktik-Missionen passieren, aber ich versuche es einfach mal. Ich gehe mal davon vom Besten aus. Level Start. Mit dem ursprünglichen Angriff haben sie unsere Verteidigung lahmgelegt. Wir haben sie abgewehrt, wurden aber dezimiert. Wir halten einen weiteren Angriff nicht stand. War es die SDC, Commander? Es waren Boden- und Luftdrohnen. Basis Specter ist entscheidend für die Nordgrenze Indiens. Schnell reagieren können wir nur, indem wir abspringen. Das Primärziel des Feindes wird sein, die Verteidigung auszuschalten, indem er die Generatoren und Satelliten ab links zerstört. Wenn die Systeme ausfallen, hält ihn nichts mehr vom Hauptkontrollraum ab. Wenn das passiert, verlieren wir Basis Specter und Indien steht zum Abschluss bereit. Die wichtigsten Außenkomponenten schützen. Kühlturm und Kommunikations-Satellite. Okay. Hauptcomputer. Wenn zwei oder drei Punkte fallen, ist die Fabrik verwundbar. Schicken Sie alle Einheiten ins Innere der Fabrik. Und das konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Sobald alle am Boden sind, sicheren Bereich schafft. Okay. Das Tutorial können wir jetzt wohl auch nicht mehr machen gerade. Das ist sehr ekelhaft. Da muss ich mich jetzt wohl einfach mal so wieder reinfitzen. Feindliche Truppentransporter benötigen noch eine Minute. Alle Einheiten am Boden schafft einen sicheren Bereich. Die Satellitenkommunikation, der Transformator und der Kühlturm versorgen die Tore der Basis mit Strom. Wenn zwei davon ausfallen, hat der Feind Zugang zum zentralen Hauptrechner. Kartenansicht. Okay. Kommen hier die Feinde? Nein. Okay. Dann kommt feindliche Truppe. Na ja, wird schon schief gehen. Ich werde hier einfach mal versuchen, so weit wie es geht, die Stellung zu halten. Oh Junge, da kommen sie. So, wo geht es jetzt hier lang? Wo geht es hier lang? Gut, dass die Karte auch im Multiplayer gibt. Und da mag ich sie auch nicht besonders. So. Hallöchen. Greife feindliche Infatrie an. Ein Treffer. So. Und los geht's. Gefahr eliminiert. Zähle auf feindliche Infatrie. Der Netztransformator wurde beschädigt. Ein Mann ist verwundet. Feindliche Truppen greifen die Satelliten-Atenne ab. Ein Team mit gegen los ist stark. Bestärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Wo sind die denn? Nein. Ah. So. Hier haben wir einen. Die Drohne ist die 2. Du gehst mal hier hin. Klaueinheiten beziehen Position. Abschuss bestätigt. So. Und die Firm. Oh. So. Feuer auf feindlichen Claws. Oh ja. Das ist wichtig, dass die ausgeputzt werden. Die Claws. Weil die machen, glaube ich, ziemlich übel Damage und Ärger. Au. Ja, das ist sehr intelligent hier gerade. Und warum ist jetzt die Rakete nicht explodiert? Der Kühlturm wurde beschädigt. Die Verteidigung koordinieren. Ja, das würde ich ganz gerne. Au. Ja, Pyro, du bist ein Vollidiot. Die feindliche Truppen lassen die Satelliten-Atenne ab. Hä, wie viel frisst die noch? Die Verstärkung kommt zur Hilfe. Wie viel frisst die noch? Oh, das war bloß eine Rauchgranate. Der Nitz-Transformator wurde beschädigt. Kühlturm wird angegriffen. Vorraten zum Sichern. Die Satelliten-Atenne steht unter Beschuss. Sehr gut, die Klaw ist weg. Der Kühlturm wurde beschädigt. Verteidigung koordinieren. Ja, wo ist denn der Kühlturm? Der Feind drückt vor, um die Satelliten-Atenne zu zerstören. Der Feind greift den Kühlturm an. Greife feindliche Quads an. Okay. Ja, vermutlich werden wir hier... Nein, ich wollte gar nicht die Satelliten-Atenne zu steuern. Der Kühlturm wird angegriffen. Vorraten zum Sichern. Wir verlieren den Kühlturm. Dann fliegt die Satelliten-Atenne steht unter Beschuss. Feindlich Chordrohne ausgeschaltet. Nein, ich wollte hier gar nicht rein. Mann, 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 Mann. Kühlturm, du bist doch echt ein Vollposten. Verteidigen. Wir haben den Kühlturm verloren. Feindliche AGD ausgeschaltet. Wo ist der Kühlturm? Verwundete fordern sofort die Gerettung an. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Wegpunkt eingerichtet. In Bewegung. Verwundete fordern sofort die Gerettung an. Also wir müssen hier wohl die Feinde da abwachsen. Verwundete fordern sofort die Gerettung an. Halt, die Firmware... Ihr müsst hierher. Bestätigt. Vorrücken auf Position. Und wo haben wir jetzt die? Okay. Moment. Äh... Wie komme ich jetzt denn nochmal in die... Genau. Ich möchte... Satellitenantenne wird angegriffen. Feindliche Truppen greifen die Satellitenantenne ab. So. Ach, saß jetzt da gerade einer am MG und ich bin... Ach nee, ich bin das MG hier gerade. Okay. Feindliche Truppen greifen die Satellitenantenne ab. Punktturm bedroht. Ausrücken zum Sichern. So, das kommt her. Ich möchte ganz gerne die Kontrolle mal wieder über den Fußsoldaten haben. Genau. Dankeschön. Gefahr eliminiert. Ah, das war eine EMP. Scheiße. Leite Infantriee Einsatz. Wo geht's? Greife feindliche Infantrie an. Einrichtung verteidigen noch. Sechs Minuten müssen wir sie halten. Der Feind zieht auf den Netztransformator. Ist das eine von... Nein, das ist keine von unseren AGDs. Greife feindliche Quads an. Feindliche Truppen krassen die Satellitenantenne ab. Ja, ich möchte ganz gerne hier diese... Nein. Ah, verdammt der Axt. Putz die Chlor aus. Putz die Chlor weg. Und das ist hier auch eine ganz tolle Sache. Feind zieht auf den Netztransformator. So, jetzt haben wir da wenigstens ein MG. So. Angetroffen. Ziele auf weisliche Gefahr. Wir verlieren gleich den Netztransformator. So, guck, guck, noch eins. Wir müssen den zweiten Geil auf den Netztransformator abwehren. Bestätigt. Frische Gruppen am Boden. Ah, Himmel, Arsch und Zwirn. Wenn Sie den Kühlturm einnehmen, verliehen Sie die Energie für die Sektür. Ah, das ist doch... Das gibt's doch nicht hier. Nein, die Chlor, die kommt mir hier nicht rein. Ah. Au. Ja, toll. Das war... War die von uns wenigstens? Nein, das war ein Feinde. Scheiße. Gut, die waren von uns wenigstens. Okay, das hat... Die Mission, die haben wir wohl vergurrt. Nein. Ah. Ich will doch nur hier... Die fünf... Dahin. Ja, ich möchte hier ganz gerne mal ein bisschen aufräumen. Ist denn das zu viel verlangt? Gutes Geschütz ist jetzt von uns. Abschluss müssen die feindliche Chlor-Einheit abschießen. Ah. Feindliche Agilie, ein Team mit lieb Blut im Start. Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Erwischt. Wo ist die Chlor? Hallo. Erwischt. Okay. Wir müssen es nur noch drei Minuten halten. Wir müssen es nur noch dreieinhalb Minuten halten. Das sollte doch alles ganz okay sein. Da vorne laufen sie. Da laufen sie. So, wäre doch gelacht, wenn wir die... Greife feindliche Infanterie an! Bestell die... Wo sind die hier? Ausrücken zum Sicheren. Haben sich die da oben eingepunktet. Wie schei. Wie schuld am Boden. Erwischt. Wolke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Wo ist der? Gut. Der ist weg. Ja, toll. Ach, scheiße. Greife feindliche Infanterie an! Gut. Halt! Au! Ja, wozu braucht man noch? Gut. Bunkern wir uns hier ein. Abschluss bestätigt! So, Leute. Alles mal hier. Nein! Greife feindliche Infanterie an! Wir erleiden Verluste! Alles mal hier schön rein. Wegpunkt eingerichtet. In Bewegung. So, und die Claw, die bewegt sich dann auch einmal. Claw. Claw-einheiten rücken vor zur Position. So, und jetzt... Greife feindliche Infanterie an! Ich möchte mir nur mal einen von denen schnappen. Ausgeschütz wurde eliminiert. Unser Claw wurde eliminiert. Nachschluss bestätigt. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Ah! Ah! Frische Truppen! Können mal das zur Runde! Angestellte! Frische Truppen am Boden! Mehrere Igels erwischt! So! Stärke eigentlich verringert! Naja, komm! Wir müssen es nicht mehr lange halten! Wir müssen es nicht mehr lange halten! Da ist eine Claw! Die darf hier nicht sein! Ne, keine AG... Das ist nur eine AGD, aber trotzdem... Wegpunkt eingerichtet! In Bewegung! Die Infanterie rückt zur Markierung vor! Na komm! Sorry, wenn ich jetzt hier gerade etwas stiller bin als normal, aber ich muss mich konzentrieren. Oder ich möchte mich gerne konzentrieren. Aber bevor ich hier mal wieder absolute Scheiße zusammenspiele, wer wisst es ja? Ja, da ist nur eine AGD, ja, ja, schon klar. Man getroffen! Ein Teammitglied blutet stark! Nice! Verstärkung abgesetzt! Eagles am Boden! Greife feindliche Infanterie an! Was sind die denn? Eine AGD weniger! Okay, von hinten ausgerocken. Au! Rücke vor zum markierten... Ein Teammitglied blutet stark! Aber da ist die Stütze! Verstärkung, komm zur Hilfe! Ein Teammitglied blutet stark! Feuere auf feindlichen Klau! Ein Mann ist verrundet! Ja, das sind... Das sind die Klau herzlichen wenig. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Komm, 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 komm! Nein, 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 nein! Bitte, 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 bitte! Wechsel zur Infanterie! Mann getroffen! Vergestätigt, frische Truppen am Boden! Feuere auf feindlichen Klau! Erwischen! Beide auspusten, das krieg ich noch hin! Was sind die denn? Gefahr eliminiert! Verstärkung abgesetzt! Eagles am Boden! Gut. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen jetzt nur noch aufpassen, dass sie uns jetzt nicht noch ein letztes Mal dran kriegen. Und dass sie jetzt nicht noch heimlich irgendwie Verstärkung oder sowas rufen. Und dass sie jetzt nicht noch heimlich sind. Gefahr eliminiert! Nein! Ah! Feindliche Truppen zielen sich zurück! Basis ist sicher! Missionsziel erreicht! Yeah! Es war alles andere als episch. Es war alles andere als perfekt. Aber wir haben es geschafft. Mission erfolgreich! Ja! So gehört sich das. Bestätigen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir es aufs erste Mal packen. Wenn auch mit Hängen und Würgen und... Eingedätschten Kniekehlen. Was redet hier eigentlich? Was ist das für Coco5? Ja! Alex. Vielen Dank.